Das kreative und digital orientierte Studium Design gibt dir einen Überblick über Formen und Anforderungen des Gestaltungsprozesses. Dabei lernst du die wichtigsten Materialien kennen und entwickelst digitale und analoge Arbeitsweisen, die für deine Karriere unverzichtbar sind. Du bist neugierig, offen und willst deine künstlerische Kreativität voll entfalten? Dann bewirb dich unter www.makromedia-fachhochschule.de Macromedia, you change.